Willkommen bei Bildner TV. Bleiben eigentlich WhatsApp-Nachrichten für eine Ewigkeit beim Empfänger? Nein, denn es gibt Neuerungen. Das betrifft die Fotos und auch die Nachrichten, die ihr schreibt. Was dahinter steckt, das zeige ich euch jetzt gleich. Hallo, ich bin der Thomas. Willkommen zurück hier bei uns bei Bildner TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Es geht heute um WhatsApp und zwar um Fotos, die einen Selbstzerstörungsmodus haben und um Nachrichten, die sich automatisch löschen nach sieben Tagen. Das sind nämlich wirklich zwei aktuelle und neue Features, die es unter WhatsApp gibt und die ich, wie ich finde, sehr, sehr praktisch sind. Denn man teilt ja manche Nachrichten oder Medien mit Personen, denen man vielleicht nicht auf Ewigkeit alles schicken will. Und da sind diese zwei Möglichkeiten sehr, sehr praktisch. Zum Beispiel, wenn man Nachrichten verschickt an Arbeitskollegen oder irgendwelche Bekannte, mit denen man vielleicht nicht so eng vertraut ist, da ist es eben gut, dass sich manche Dinge eben von selber wieder löschen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch heute hier bei uns auf unserem Android-Smartphone, ist aber auch für alle Apple-Geräte verfügbar. Und kurzer Hinweis, warum hat mein Smartphone hier ein Kabel? Ganz einfach, denn wir spiegeln das Bild des Smartphones hier über den Rechner, damit ihr das besser sehen könnt. Also nicht wundern, dass ich hier am Rechner arbeite. All das funktioniert natürlich bei euch auf dem Smartphone. Wir schauen das jetzt mal kurz an. Wir öffnen hier unseren Smartphone-Bildschirm und gehen hier auf WhatsApp. Und da haben wir schon unsere Kontakte, die hier hinterlegt sind. Ich möchte jetzt als erstes euch zeigen, wie ihr einstellen könnt, dass sich Nachrichten, die ihr an einen bestimmten Kontakt schickt, automatisch wieder löschen. Und zwar nach sieben Tagen. Das heißt ganz konkret, wenn ihr heute, sagen wir es ist Montag, eine Nachricht schreibt an die Alexandra in meinem Fall, dann wird diese Nachricht automatisch nach sieben Tagen wieder aus dem Chatverlauf verschwinden. Und das geht ganz einfach. Dazu öffnet ihr den entsprechenden Kontakt, den es betrifft. Also in unserem Fall zum Beispiel die Alexandra. Die klicke ich einmal an und gehe hier im oberen Bereich auf das Menü und wähle hier Kontakt ansehen aus. Jetzt komme ich quasi in das Untermenü. Hier sind alle Informationen über unseren Kontakt gespeichert. Und da sehen wir schon die Funktion selbstlöschende Nachrichten. Das spricht schon für sich. Das ist nämlich damit gemeint, dass sich Nachrichten nach sieben Tagen löschen. Wir sehen, es ist hier ausgestellt. Ich klicke das Ganze einmal an und habe dann eben hier nochmal die Informationen dazu. Da steht es eben auch mit dabei, dass nach sieben Tagen die Nachricht aus dem Chat automatisch verschwindet. Das kann ich jetzt aktivieren. Ein Klick und schon ist das eingestellt. Das betrifft jetzt natürlich nicht die Nachrichten, die ich früher schon mal an die Alexandra verschickt habe, sondern betrifft immer die zukünftigen Meldungen. Übrigens, wenn ihr in einer Gruppe seid, in einer WhatsApp-Gruppe seid, dann könnt ihr auch diese Funktion auswählen. Das sind also Nachrichten, die ihr in einer Gruppe postet, in eine Gruppe schickt, dass sie nach sieben Tagen wieder verschwinden. Allerdings ist wichtig dabei, der Gruppenadmin, also der Chef der Gruppe, muss diese Funktion für die Mitglieder freigegeben haben. Aber was jetzt passiert? Ganz einfach. Zukünftig, wenn ich der Alexandra eine Nachricht schicke, wird diese nach sieben Tagen automatisch wieder gelöscht. Und damit ihr auch nochmal als Bestätigung seht, was ihr da aktiviert habt, wird das in eurem Chat angezeigt, dass ihr eben aktiviert habt, dass die Nachricht nach sieben Tagen automatisch gelöscht wird. Noch ein Hinweis in dieser Angelegenheit. Natürlich, wenn jetzt die Alexandra einen Screenshot zum Beispiel machen würde von dieser Nachricht oder aber auch eine Nachricht weiterleiten würde, dann wird diese Nachricht natürlich nicht gelöscht, also die weitergeleitete. Oder der Screenshot, dann hat sie natürlich die Nachricht quasi abfotografiert, dann bleibt sie auch bei ihr. Aber im Chatverlauf wird eure Nachricht nach sieben Tagen gelöscht. Eine andere Funktion, wie ich schon erwähnt habe, das ist der Selbstzerstörungsmodus von Fotos. Das erkläre ich euch gleich, wie das funktioniert. Aber an dieser Stelle noch ein wichtiger Tipp für euch. Und zwar schreibt einen Kommentar unter unseren Videos. Da nehmt ihr nämlich jede Woche automatisch an unserem Gewinnspiel teil und könnt euch ein Buch, wenn ihr gewinnt, ein Buch aus unserem großen Bildner Verlagsprogramm auswählen. Zum Beispiel, wie wäre es denn mit dem Buch? Ja, WhatsApp für Senioren, ideal für alle Android-Geräte. Wenn ihr gewinnt, könnt ihr euch das gleich doch mal aussuchen. Teilnahme ganz einfach, Kommentarschreiben und jede Woche seid ihr bei dieser Verlosung mit dabei. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das Abo ist natürlich völlig kostenlos und so versäumt ihr auch nicht die neuesten Videos mit den neuesten Features, zum Beispiel was WhatsApp betrifft. Jetzt aber zum beschriebenen Selbstzerstörungsmodus von Fotos. Klingt ziemlich brutal. Ist es im Grunde auch. Denn es passiert folgendes, wenn ihr das aktiviert. Das könnt ihr bei jeder Nachricht immer frisch und neu auswählen. Das heißt, wenn ihr ein Foto verschickt, dann könnt ihr auswählen, okay, dieses Foto darf der Empfänger sich nur einmal ansehen. Dann ist es nicht mehr aufzurufen. Funktioniert und geht ganz, ganz einfach. Dazu schauen wir wieder auf unser Handy. Wenn ich jetzt der Alexandra ein Foto schicken will, dann gehe ich hier meine Anhänge und suche mir ein Foto aus der Galerie aus. Zum Beispiel dieses schönes Herbstbild. Das kennen wir. Ich könnte hier noch einen Text dazu schreiben und habe hier, vielleicht habt ihr das schon eventuell bei euch entdeckt, bei WhatsApp die Möglichkeit, auf diesen Button zu gehen. Das ist so eine kleine Eins mit einer, ich würde jetzt mal sagen Stopp-Uhr dabei. Wenn ich das aktiviere, die wird dann auch farblich hinterlegt, dann bedeutet das wie folgt, die Alexandra kann sich dieses Foto nur einmal ansehen. Das schicke ich jetzt raus. Das Foto wird jetzt hochgeladen und wir sehen, hier ist auch nochmal die Eins mit dabei. Dann weiß ich selber, okay, das Foto hat den Vermerk, kann nur einmal betrachtet werden. Es passiert Folgendes, die Alexandra kann sich natürlich das Foto einmal ansehen. Solange sie WhatsApp geöffnet hat, bleibt das Foto wieder, bleibt es sichtbar. Sobald allerdings sie WhatsApp schließt oder aus dem Chatverlauf rausgeht, dann ist quasi der Betrachtungszeitraum abgeschlossen. Dann kann sie eben das Foto nicht ein zweites Mal sich ansehen. Und das wollen wir uns jetzt natürlich auch noch echt anschauen. Wie wird sich das Ganze auswirken? Hier bei mir auf dem Handy sehe ich, okay, hat schon zwei Haken. Das heißt, die Alexandra hat die Nachricht erhalten und auch schon angesehen. Und wir schauen jetzt auch mal, wir haben die Chance auf das Smartphone von der Alexandra. Dann sehen wir hier bei ihr in diesem Chatverlauf auch nochmal eben die Nachricht mit der 1 dabei. Also auch die Alexandra weiß, wenn sie hier das Foto öffnet, das mache ich jetzt mal, dann kann sie es nur einmal ansehen. Sie klickt einmal drauf, kann sich das Ganze betrachten. Wunderbar. Wenn ich jetzt allerdings wieder rausgehe, dann sehen wir, hier automatisch ist schon die Nachricht umgewandelt. Hier ist der Vermerk mittlerweile dabei geöffnet. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal draufgehen möchte, funktioniert nichts mehr. Ein zweites Mal ist nicht möglich. Und ich sehe das auch bei mir auf meinem eigenen Gerät. Und zwar, wenn ihr hier schaut, auch hier ist der Vermerk geöffnet. Ich weiß, okay, die Alexandra hat sich das Foto einmal angesehen. Ein zweites Mal kann sie sich das Foto eben nicht mehr ansehen. Aber eben für euch der Hinweis, natürlich könnt ihr jetzt einen Screenshot davon machen und eben sich somit auch das Foto speichern. Also bitte das auch immer im Hintergrund haben, wenn ihr vielleicht etwas sensiblere Daten oder Fotos verschickt. Ich hoffe, mit den zwei neuen Features habt ihr viel Spaß und ja, probiert das gleich mal aus bei euch in der WhatsApp-Gruppe oder in euren Chats. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen hier bei uns bei BildnerTV. Es gibt nämlich noch weitere Neuerungen unter WhatsApp und aufs nächste Mal freue ich mich schon sehr. Bis zum nächsten Mal.